Also, wir gucken uns jetzt eine Harry-Potter-themed-Insel an von Potterhead und ich freue mich sehr. Ich habe mich passend gekleidet, aber sie hat schon gesagt, sie hat auch was für mich. Wenn sich Bodo dann endlich mal beeilen würde, dann... Ja, kommen wir auch mal hin, kommen wir auch mal an dort. So, Code eingeben. Ich lese ihn nicht laut vor. Ich hoffe, der ist richtig. Ja, müsste so sein. Suche nach Insel läuft, Suche nach Insel läuft. So, ihr seht schon, wir haben gerade einen Flug nach Hogwarts statt, klar. Also, der Name allein schon. Abflug, aber sowas von. Ich habe ja meinen Brief nie bekommen, aber so habe ich jetzt eine andere Gelegenheit, nach Hogwarts zu fahren. Ne, 101 ist eigentlich ein gutes Mittelfeld. Mischi Mops, die ist für dich. Die ist für dich. Das ist schlimm, dass ich noch nie Harry Potter geguckt oder gelesen habe. Ne, das ist nicht schlimm. Das kann man jederzeit anfangen, wenn man möchte. Ich bin halt damit aufgewachsen. Also, ich wollte es früher lesen, die Bücher. Dann habe ich meine... Oha. Guckt euch das mal an. Da habe ich schon eine Eulenpost gesehen. Ui. Boah, ich freue mich. Also, ich wollte die Bücher früher lesen und dann hat meine Mama die gelesen, also vorgelesen, weil ich noch ziemlich jung war, um zu testen, ob das was für mich ist. Und sie ist auch, also echt verrückt geworden danach. Ich glaube, sie hat die Bücher zehnmal gelesen, alle. Wie schön der Boden ist. Der Boden war echt schön. Es war alles schön. War kommend überfordert. Ich will noch länger rumfliegen da. Allein der Eingang ist schon wunderschön. Da ist sie schon. Guck sie mal an. Gryffindor haben wir hier. Und ich gucke gleich mal deine... Ja, sie hat so gut einen Zauberstab. Den habe ich vergessen. Den hätte ich auch noch mitnehmen können. Aber wir gucken gleich mal die Insel an. Oha. Oha. Ich glaube, das wird lange. Okay. So, ich hoffe, das ist jetzt okay, dass die Leute auch die Schlummeranschrift haben. Also, ihr könnt jetzt hier die Schlummeranschrift von ihr sehen. Dann könnt ihr auch mal selbst hier hinreisen. Ich hoffe, das ist okay. Aber ja. Ich hoffe einfach mal. Wir haben hier Claudia. Unser Main Character. Wir haben Timon. Wir haben Josh. Hagrid. Gryffok. Oh, wie cool. Wir haben Harry. Harry in dem Zelt. Wie cool ist das denn? Als Bewohner haben wir Garrett, Elfie, Huschke, Sunny, Chai, Sigmund, Thomas, Malo, Mona und Monika. Richtig, richtig cool. Und... Oh, ich sehe immer schon, was da hinten ist. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich sehr. Ich grinse. Ich würde sagen, wir gehen als erstes zu Madame Malkins. Ja, voll. Los geht's. Let's go. Emma, danke für dein Follow. Herzlich willkommen im Dodo Club. Oh, ich bin so gespannt. Oh, der Eingang ist allein schon so schön. Und der Boden. Oha. Ich brauche diesen Boden für meine Ruineninsel. Ich brauche ihn. Kommen wir da eh noch mal her? Kommen wir da noch mal her? Ja, es ist so schön. Ich würde hier direkt mal ein Foto machen. Guckt euch das so an mit dem Haus. Sieht so cool aus. Ja, okay. Also, dann können wir eh noch weitergehen. Also, wenn wir eh noch mal herkommen, alles gut. Aber wir können auch ein Foto machen direkt. Oh, wow. Cool. Die Insel ist von Potterhead. Also, Potterhead schreibt eh gerade in den Chat. Der tropfende Kessel. Mega. Mega. Ich darf später Potterhead besuchen. Cool. Aber jetzt gehen wir hier durch. Oh mein Gott, da ist auch ein Weg. Oha. Wie cool. Oh mein Gott. Mann, ist das cool. Wir sind jetzt hier in der Schneiderei. Hier, Hunter, schönen Sonntag. Cooler Timber Gaming. Danke für dein Follow. Oha. Oh Mann, ist das cool. Okay, jetzt muss ich mir noch mal umziehen. Ich muss meine Robe anziehen. Welche Reihe möchtest du dir genauer ansehen? Die obere oder die untere? Ich mag die untere, bitte. Das Design von Claudia heißt Ravenclaw. Sie hat es selbst gemacht. Was ist eine Frau? Will ich haben. Ja, ja. Aber sicher. Easies Place. Danke für deinen Sub. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Herzlich willkommen im Ultima Team Dodo Club. So, ich lösche das. Ja. Das ist so cool. Einfach mal direkt hier Kleider shoppen gehen. Da ist es. Anziehen. Ja, guck mal. I'm Ravenclaw. Ja. Ich glaube, sie ist schon raus, ja. Es gab gute Vorlagen. Okay. Aber du hast es trotzdem selbst gezeichnet, weil sonst hätte sie ja nicht Claudia gesagt. Mega geil. Ich habe auch dieselbe Brille auf wie du. Bekomme ich jetzt noch einen Hut? Und einen Zauberstab? Wie geil. Danke. Oh, der ist sogar blau. Oh, wie gut. Wie cool. Guck mich an. Oh, mein Gott. Ist das geil. Ich feiere das gerade richtig. Es ist ein richtiges Erlebnis hier. Oh. Oh, das sieht so geil aus. Weasley Wizard. Jetzt geht es zurück zum Flughafen. Okay. Ich darf hier nichts vorweg nehmen. Auch der Strand ist so geil. Also von Potterhead habe ich ja damals die ganzen Burgeitems für unser Burgprojekt bekommen. Ohne sie wäre das nicht möglich gewesen, dass ich das irgendwie bauen könnte, weil ich habe nicht so viele Sternis gehabt. Und durch Potterhead, also eigentlich durch sie ist alles dann möglich gewesen. Okay, ich habe das Falsche gemacht. Aber es ist ja auch egal. So. Ab zum Gleis. Neun Dreiviertel. Oh mein Gott, das ist eine richtige Story. Oli. Oha. Ich will durch die Wand laufen. Und ich bin da. Und jetzt geht es. Oh mein Gott. Auch wie du diese Wagen nutzt mit dem Koffer von Oli. Geil. Oh mein Gott, das ist geil. Werden wir da eh nicht überfahren. Ist das geil. Oh mein Gott. Meine ganze Galerie wird voll Fotos. Mega. Hogwarts Express. Ja, ich sehe es. Es ist mega. Er kommt hier aus dem Tunnel raus. Ich liebe es. Monika ist da am rumspazieren. Willkommen in Hogsmeade. Oh mein Gott. Wie viel Arbeit da drin steckt. Okay, wen besuchen wir da jetzt? Ich weiß gar nicht, wessen Haus das jetzt gerade ist. Honeydukes. Oh mein Gott, ist das geil. Du hast es umgestaltet. Du hast es umgestaltet. Das hast ja du gemacht. Ihr Haus. Wie geil ist das bitte? Ich möchte hier einziehen. Ich möchte auf eure Insel einfach ziehen. So, ich stelle mich mal hier hin. Wer will Zuckerwatte? Oh. Ich mache schon nichts mehr. Wie geil ist das bitte? Oh mein Gott. Ey, ich finde es so mega. Geil. Wenn man das DLC durchgespielt hat. Aus Happy Home Paradise. Dann hat man die Möglichkeit auch die Häuser von den eigenen Bewohnern umzugestalten. Das kann man dann bei Tom Nook machen. Genau. Da kann man auch die Außenfassade dann umändern. Da will doch gleich jeder Zuckerwatte. Ich verteile Zuckerwatte an euch. Das sieht ja auch cool aus hier. Die heulende Hütte. Mega. Wie? Muss man mal auf die Ideen kommen? Aber wir können nicht rein. Das ist so krass. Joke Shop. Ah, cool. Besen. Ist das der Besenverkäufer? Ich muss gleich reingehen. Ich muss hier nachgehen. Ich darf nichts vorweg nehmen. Das machen wir nicht. Drei Besen. Ja. Das schielt einfach voll cool. Good work, Crazy Beer. Leider ist Sigmund nicht da. Er ist Professor Lupin. Oh mein Gott. Wie cool ist das denn? Oh. Das drei Besen. Guckt mal. Ich mag bitte Butterbier haben. Oh Elfie. Du passt hier auch mega gut rein. So. Wer mag Butterbier? Hm? Wen darf ich Butterbier ausschenken? Ist das cool. Ich muss Foto machen. Das sieht so cool aus. Elfie. Guck mal her. Das geht Elfie. Ah, okay. Mache ich ein Foto von uns. Boah. Ist das geil. Butterhead, darf ich Fotos von deiner Insel auf Instagram stellen? Ich muss das herzeigen. Also, Butterhead, noch eine Frage. Darf ich Fotos auf Instagram stellen und deine Schlummeranschrift dazuschreiben? Weil ich denke, da wollen einige hin. Falls ich das darf, bitte mal kurz schreiben. Ich glaube, da wollen einige hin. Oh cool. Da gibt es sogar einen Außenbereich. Darfst du auch. Ja. Was ist denn Butterbier? Adrian, guck mal Harry Potter. Es schmeckt eklig, aber das gehört einfach dazu. Das war so süß. Ja, es schmeckt eklig. Wäre ja auch schon mal in Schottland. Nee, es ist nicht gut. Aber es sieht gut aus. Wo ich denn Items? Ja. Oh. Ich weiß, was es ist. Oh, das ist der Friedhof. Oder? Das sind doch Todesser. Oh, die Gesichter da drauf. Da kriege ich ja Angst. Azkaban. Oh mein Gott. Oh ja, stimmt. Da hinten. Guckt mal. Wie geil. Das sind Dementoren. Ja, voll. Klar. Jetzt checke ich es auch. Also, Dementoren beschützen Azkaban das Gefängnis in Harry Potter. Und die saugen dir das Glück raus. Das machen die auch mit den Gefangenen. Das ist eine Foltertechnik. Und wenn die zu lang an dir das Glück raussaugen, dann stirbst du. Geil. Ey, wir haben gerade nur so wenig von der Insel gesehen. Und ich bin absolut Feuer und Flamme für diese Insel. Madame Padifat. Food, tea. Geil. Oh, Adrian und Leonie gucken gemeinsam. Ja, guckt euch gemeinsam das an. Du musst Leonie dazuholen, weil Leonie ist sowieso absoluter Profi. Das ist auch so eine geile Idee mit den Paketen. Die Polster so umzugestalten, dass sie wie Pakete aussehen. Wir haben hier eine Eulenpost. Da ist eine Eule hinten. Guckt. Da ist auch ein Vogel. Mega. Tut mir leid, dass ich es so lange brauche. Ich brauche ewig. Oh, wo geht es hin? Wo geht es hin? Oh mein Gott. Wow. Ich glaube, wir sind gerade in Hogwarts angekommen. Ich fange fast an zu heulen. Alter, das ist so geil hier. Oh mein Gott. Ich mache einfach das egal. Ist das cool. Was für eine Arbeit. Wie lange, Potterhead, wie lange hast du denn an der Insel gebaut? Das würde mich mal interessieren. Du wirst wahrscheinlich von Anfang an schon spielen. Ja, wie geil ist das denn, bitte. Jetzt will ich auch so nennen. Wie? Ich kann nicht verstehen. Oh, mach mir doch mal das winke Ding. Das ist süß. Das ist ein winke Ding. Jetzt muss ich schnell sein. Ja. Hab's. Danke. Der Delay ist gar nicht so schlimm. Das ist das Hogwarts-Logo. Oh mein Gott. Wo gehen wir da jetzt rein? Ich werde es gleich sehen. Das sieht so unglaublich aus. Ich hab keine Ahnung. Das muss so lange gedauert haben. Die Bilder. Das alles glänzt. Aber durch das neue Update sind so viele geile Möglichkeiten dazu kommen. Da ist sogar Musik. Oh mein Gott. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Das sind Musik-Dinger aus Noten. Ja. Genau. Ich bin sprachlos, Leute. Wir feiern die Worte nicht mehr ein. Oh mein Gott. Das ist so cool mit den Bildern. Ich bin in Hogwarts angekommen, Leute. Da bleib ich jetzt. Das ist das Treppenhaus mit den Bildern. Gemeinschaftsräume. Okay. Ich werde gleich erkennen. Slytherin. Hi, 90 Slytherin. Okay. Also, Potterhead, wir müssen, wir dürfen hier eigentlich gar nicht sein. Das weißt du schon, oder? Also, da kriegen wir richtig Ärger, wenn wir hier erwischt werden. Das wäre nicht gut. Oh, das sieht so geil aus. Auch mit den Roben da. Und dem Hut. Schach ist auch da. Alles im Start. Richtig geil. Also, Crazy Mia heute ist das Priorität Nummer 1. Diese Insel angucken. Aber ich glaube, auf eine Insel werden wir es dann noch schaffen, dass ich schlummer. Muss ich gucken, wer da als erstes auf meiner Liste steht. Ich weiß es gar nicht. Possehead, zieh ihn bei dir ein. Ja. Jetzt sind wir in meinem Haus eingekommen. Ach, die Sofas. Wie cool. Einmal das Ravenclaw. Oh ja, hier gefällt es mir. Auch die Ruinen-Items. Ja, ich bleib hier. Das wird mein Zimmer. Hier muss ich auch ein Foto machen. Achtung, bleib noch sitzen. Ja, passt. Du hast geblinzelt. So. Geil. Das ist wunderschön. Nimm doch das als Inspo für ein Zimmer für deine neue Insel. Voll. Die Schmetterlinge. Ja. So cool. So abgefahren. Ja, es ist mega. Also, ich feiere die Insel richtig. Boah, du hast hier was geschaffen. Das ist so wunderschön. Das müssen wir nicht herzeigen. Also, wer den Schlummercode verpasst hat, ich werde heute einen Instagram-Post machen. Und da schreibe ich dann den Schlummercode rein. Havelpuff, Leonie. Oh Gott, aber die Pflanzen sind so geil. Ich liebe es. Oh, ich glaube, Leonie wird sich hier richtig wohl fühlen. Da die Bücher, Leonie. Guck mal. Das ist so schön. Die Musik auch. Guck mal, wie Leonie den Chat zuspammt. Leonie, ich habe extra gerade für dich eine 360-Grad-Wendung gemacht. Kannst du dir alles abgucken? Das ist so geil. Da oben auch das Terrarium. Und der Hut noch. Und wie auch die Ventilatoren. Ihr müsst die Kleinigkeiten betrachten. Die Ventilatoren, die Pflanzen bewegen. Krass. Krass. Tausend Stunden mit Sicherheit. Das glaube ich auch. Ich will wer sehen. Ich will wer sehen. Ja. Vor allem einfach mal an die ganzen Items zukommen. Oh, Gryffindor. Das ist Gryffindor, weil das ist auch ihr Haus. Auch hier ein Schachbrett. Wir brauchen natürlich einen Kamin. Der Kamin ist ganz wichtig. Unfassbar schön. Die Kronen leuchten immer. Wow. So, und da haben wir noch ein Schlafzimmer, oder? Ja. Mit der Karte. Oh mein Gott. Man muss auf die Kleinigkeiten achten. Mit der Karte. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Aber ich bin dein Tu nicht gut. Ich weiß den Spruch wenigstens. Oh, ich muss wieder Harry Potter gucken. Das ist einfach genial. Rumtreiberkarte. Genau. Voll. Karte des Rumtreibers. Voll. Genau. Potterhead schreibt es eh rein. Wir müssen einfach nur lesen. Gryffindor auf dem Schreibtisch legt die Karte des Rumtreibers. Wir müssen einfach nur lesen. Der Ball. Oh mein Gott, da ist Ron mit seinem schrecklichen Umhang. Da, da. Dann haben wir hier Harry. Dann haben wir hier Hermine. Und da haben wir den vom Dormstrang. Mann, ich weiß die Namen normalerweise immer. Aber Victor Krumm, genau. Krum, Krum, Krum. Victor Krumm. Oh mein Gott. Guckt euch das mal an. Die Disco-Kugel. Einfach auch die blauen Kugeln da hinten. Mega, mega schön. Und da haben wir noch die Zwillinge. Oh Mann, ist das geil. Sie tanzt jetzt auch. Wie süß. Und die zwei reden miteinander her wieder. Und Krumm. Wie geil ist das? Bitte. Ich mag mittanzen. Ah, falsch. Ja. Das ist so cool. In jedem Raum auch noch die Wappen her voll. Enige Party hier. Mega. Und das Kleid von Hermine ist so schön. Ja, Leonie. Ich lese jetzt nicht vor, weil ich lese es komplett falsch vor wahrscheinlich. Ich kann den Spruch leider nur auf Englisch. Ja, das I am up to no good ist ja, ich bin ein tu nicht gut auf Deutsch. Ich will ja nichts spoilern hier, weil einige von euch ja jetzt noch kein Harry Potter gesehen haben. Der Astronomie-Turm. Ein ganz wichtiger Raum. Ja. 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 Ganz wichtig. Ah. Wunderschön. Wunder, wunderschön. Ich schwöre feierlich. Ich bin ein tu nicht gut. Genau. Das war's. Das war's. Krass. Schön. Hier einfach. Maki bleiben. And we don't like diese Szene. Leonie, genau. Jasmin. Hallöchen. Melanie, Monika, danke für dein Follow. Das weißt du. Ähm. Was ist das für ein Item, bitte? Wo bekomme ich das? Was ist das und woher ist das und wo kriege ich das und krass? Von Rainer? Hä? Ich kenne die gar nicht. Ich habe die noch nie gesehen. Noch nie. Noch nie. Mischimops, nee. Heute nicht. Aber wir machen bald wieder eine Inselbesuch. Aber dann wird auch ausgelost. Also ich kann es dir wirklich nicht versprechen. Es tut mir leid. Ich kann es dir wirklich nicht versprechen. Weil wenn ich jetzt sagen würde, du javst auf meine Insel, dann würden da 30 andere kommen und auch wollen auf meine Insel. Und deswegen machen wir das mit dem Auslosen. Aber ich glaube, nächste Woche oder so kriegen wir das wieder mal hin. Dann nach der Bewohnersuche, denke ich mal. Also nicht Sonntag, sondern nach der Bewohnersuche könnten wir das machen. Ja. Das sieht einfach so krass aus. Würdestatue. Okay. Die Würdestatue. Ich habe die noch nie gesehen. Meine Harry Potter Seele kommt gerade aus meinem Körper. Okay, wir brauen jetzt uns den Fehlsaft-Trank hier. Da ist schon bald fertig. Dauert nur mehr zwei Tage. Ist das geil. Auch mit dem Brunnen hier. Also dem... Nicht der Brunnen, das ist zum Händewaschen. Waschbecken. Und die Klos. Es fehlt nur noch die malende Myrte und dann ist alles perfekt. Aber die steckt wahrscheinlich gerade im Klo fest. Ich habe noch nicht bei deinem YouTube-Kanal vorbeigeschaut. Du kannst mir gerne nochmal den Namen schicken. Weil ich weiß nicht mehr, wo du mir den geschickt hast. War das auf Instagram oder hier auf Lüster? Man könnte es ja auch mit Kanalpunkten einlösen können. Eventuell ja. Aber da ich eigentlich immer die Streams vorplane, was ich in den Streams mache, ist das ziemlich schwierig zu planen. Flüsternein. Okay. Oh. Ich hasse diesen Raum. Aber er ist mega schön. Guck dir die Katzen an. So, wir brauchen jetzt bitte diese Schokopralinen, die Alter vollen machen. Guckt sie euch an. Da steht sie ja. Hey, da bekomme ich ja gerade Gänsehaut hier drin. Ich hasse diese Frau. War nur Energy. Ja, wir hatten doch schon mal Nini. Deswegen weiß ich, dass das sehr, sehr schwierig für mich zum Einplanen ist. Aber danke für die Idee, auf jeden Fall. Uah. Du musst mir sagen... Nee, es passt so. Mischimops per Flüster. Ich habe es gelesen. Ja, ja. Passt. Passt. Alles gut. Indino, ACNH. Hallöchen. Habt gerade Klausurphase in der Schule. Alles Gute für die Klausurphase. Dass alles gut läuft. Die Frage ist, wer hasst Umbridge nicht? Jeder hasst Umbridge, oder? Das Büro? Das Büro von Dumbledore? Definitiv. Oder? Ja, da ist der Phönix. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Sieht schon so aus. Der Raum der Wünsche? Oh Mann, ja. Ah! Jetzt habe ich es erkannt. Weil es steht da oben das Diadem vom Ravenclaw und nicht der sprechende Hut. Wird da das sprechende Hut stehen, dann wäre es das Büro von Dumbledore. Aber da oben, guck mal, das Diadem vom Ravenclaw. Cool. Mega. Das Buch! Das könnte ja das Tränkebuch sein. Vom Halbluphirns. Der Spiegel steht auch da. Diadem vom Ravenclaw. Ja, voll. Man muss nur ein bisschen länger hingucken. Ich mag Umbridge tatsächlich weniger als Lord Voldemort. Ja. Das fühle ich. Das fühle ich. Jetzt aber. Da steht er ja auch und denkt nach. Mann, wie geil. Da oben. Da ist auch der Phönix. Der Phönix ist auch da oben. Mann, wie geil. Das ist das Büro von Dumbledore. Keine Frage. Der Thron ist mega. Ich liebe es. Ich liebe es. Das sprechende Hut ist auch da. Guck, alles ist da. Das Schwert. Das Schwert ist auch da. Das Schwert von Gryffindor ist auch da. Also alles, alles da, wo es sein soll. Keine Frage. Das Denkarium ist auf dem Start. Also. Ey. Da ist es. Ey, wie krass. Ich liebe es. Mann, wie viel Kreativität muss ein Mensch besitzen? Ich liebe es. Ich muss jetzt Text lernen. Hab in der Schule Aufführung. Die schöne und das Bist. Und ich bin bald. Cool, Celine. Der Ries. Boah, wie geil. Viel Spaß bei der Aufführung. Wo ist sie denn jetzt hingegangen? Raus, oder? Wir haben alles gesehen, ja. Mega. Ich will hier bleiben. Sie ist unten. Hoppala. Haben wir unten noch nicht gesehen? Ich komme schon. Ich komme. Stehen wir unten noch nicht gesehen? Wir kamen ja von rechts. Die Krankenstation. Mann. Okay. Claudia, ich muss leider deine Knochen neu wachsen lassen. Kommen Sie? Das wird keine schöne Nacht. Ich liebe es einfach. Die ganzen Memes auch bei dieser einen Krankenstation Szene, wo... Ja, wo eh... Malfoy auch da ist. Und der sich so anstellt. Das ist so witzig. Die ganzen Memes davon. Freust du dich auf What's Legacy? Ja, keine Frage. Keine Frage. Ist einfach atemberaubend. Ja, das stimmt. Wie kann man so krass drauf sein? Stimmen wir heute auch, Mario Kart? Nein, heute nicht. Wie gesagt, die Streams am Sonntag, die gehen nicht so lang. Gehen nur zwei Stunden. Da geht sich das alles nicht aus. Vor allem, ich will mir hier ja auch die Zeit nehmen. Da brauche ich ja auch viel Zeit hier. Ich sehe das ja. Es ist unglaublich toll hier und ich möchte alles angucken. Was haben wir hier? Der Uhrenturm? Mega. Melissa, Hallöchen. Ich habe was gesehen, das ich nicht sehen sollte. Noch nicht. Oh mein Gott. Ich freue mich auf da unten. Selin. Bye bye. Viel Spaß noch bei Blair und viel Spaß bei deiner Aufführung. Mega cool. Oh. Boah, mit den Spinnennetzen. Binnennetzen. Claudia, du bist der Wahnsinn. Hast du das alles aus dem Gedächtnis gebaut? Oder, keine Ahnung, bist du wirklich eine Hexe? Unterrichtsräume kommen jetzt. Snape. Snape. Sarah Snape. 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 Boah, ist das geil. Sarah Snape. Dumbledore. Snape. Sarah Snape. Boah, ist das geil. Ich bräuchte ein bisschen Felix Felicitas. Kann ich da was abgreifen? Nee? Okay. Mega geil. Ich bin schon weg. Langsam ein- und aus- Atme ich schon wieder zu wenig? Kann passieren. Nein. Ah, Edin. Da bist du wieder. Ach, Trum. Das warst du. Du Fuchs. Hi, Edin. Ron. Ron. Ron Weasley. Oh. Mann, wie geil diese Idee. Also, wir haben hier einen Kurbelprofessor. Mit den Federn. Also, die erste Zauberstunde war das. Wo sie die Federn fliegen lassen müssen. Wingardium Liviosa. Es heißt Liviosa, nicht Liviosa. Ihr seht schon. Ich gucke her im Fotze auch hin und wieder. Ah, wie cool. Ich liebe es. Ich muss hier auch ein Foto machen. Warte, 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 warte. Jetzt ist sie weg. Ich war zu langsam. Es war meine Schuld. Sie kommt gleich wieder, bin ich mir sicher. Ah, nicht. Nein, nein, nein. Nein, nein. 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 Ich wollte das machen. Ja, ich möchte auch zaubern. Warte, ich muss das Zauberding reinmachen. Ah. Wo ist das? Da. Cool. Mit Flitwick. Stimmt. Namen wusste ich jetzt nicht mehr von dem Professor. Sorry, falls ich hyperventiliere. Leni, du musst auch atmen. Spellkeks, da gefällt es voll. Ah, sie kommt noch. Okay. Ich laufe dir nach. Verena, hallöchen. Dachte ich, du sagst Slash. Nein. Das habe ich noch nie gesagt. Oh. 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 Geil. Auch die Tapete mit den Kerzen. Habe ich noch nie gesehen. Wo habt ihr das ganze Zeugs her? Und die ganzen verschiedenen Glaskugeln? Was ist das für eine Kugel? Ich kenne, ich kenne nur die am Boden und die auf dem einen kleinen Sockel. Aber die? Und die Tassen. Guckt euch die Tassen an. Von der Teppichverkäuferin. Ja, ja. Die hat mir das alles unterstellt. Ich flippe aus. Das ist so geil. Jeder einzelne Raum einfach. Der Knaller. Lissa, du hast doch nie Harry Potter geschaut. Dann habe ich eine gute Empfehlung, was du heute Abend machen könntest, falls du noch nichts vorhast. So viel Liebe zum Detail. Ja, unglaublich viel. Bin ich zu früh raus? Da ist ein Kraft. Okay. Ich gehe gerne nochmal rein. Ich gehe sehr, sehr gerne nochmal rein. Aber ich komme auch gleich wieder raus. Das ist ein Kraftstein. Okay. Hä? Was? Wasserhanger Kugel. Mann. Das gibt es sogar auf Netflix. Bitte da. Geht es jetzt hin? Hoch? Runder? Hoch. Das mache ich dann nach meinen Prüfungen. Okay. Melissa. Gute Idee. Als Belohnung. Hast du einiges nachzugucken. Weißt du, in acht Filme. Oh, der, der, der S-Raum. Oh mein Gott. Und der sprechende Hut steht auch da. Professoren hier vorne. Oh Mann, ist das geil. Wir sitzen aber nicht richtig. Ich glaube, ich sitze auf der Gryffindor-Seite, oder? Wenn es dann normalerweise vier Tische ist, ist auch egal. Das ist einfach genial. Ich hätte von hier fotografieren sollen. Ich bin auch blöd. Ich mache alleine ein Foto mit mir. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich habe sogar aufgehört aufzuräumen, weil ich einfach nicht kann. Ich kann nicht mehr. Seh und die. Ich bin eigentlich gar kein Harry Potter-Fan. Aber diese Vibes, wenn ich sowas krass sehe, gibt mir irgendwie Lust, Harry Potter zu schauen. Ich denke mal, das ist die verbotene Abteilung hier. Weil das Buch sieht gruselig aus. Und da ist auch Gitter. Oh mein Gott, wie geil. Ich liebe es. Ich liebe es. Kann nichts anderes sagen. Ich meine, guckt euch das mal an. Es ist einfach, was das alles für eine Arbeit ist, die ganze Bücherregale allein schon mal zu machen, herzustellen. Und das ist ja nur das Kleinste hier. Also, das ist ein Raum von so vielen. Sorry, wenn ich nicht auf alles eingehe, was ihr schreibt, aber ich komme nicht nach. Wir können auch ruhig langsamer machen. Das ist kein Problem. Mia, bye bye. Hab einen schönen Sonntag. Also, Leonie fragt, ob du Inspos hattest oder das aus dem Kopf gemacht hast. Weil es gibt zwar andere Harry Potter-Inseln auch. Ich habe auch schon mal eine gesehen. Aber ich habe halt noch nie so eine krasse gesehen wie deine. Also, da kamen keine Harry Potter-Inseln irgendwie nach. Also, gar nicht. Oder hast du wirklich das vom Film raus gemacht? Bücher und auch Inspos von Pinterest oder Instagram. Okay, aber keine ist so gut wie deine. Genau, keine ist so gut wie die. Oh Gott. Leute, das muss ich jetzt genießen. Das Gewächshaus. Wie die Alraunen da stehen. Also, es sollen Alraunen sein. Das ist jetzt nicht die Flamingo-Pflanze, sondern es sollen Alraunen sein, Leute. Oh mein Gott, ist das geil. Da unten haben wir nochmal Azkaban. Mann, ist das geil. Wir haben nur keine Lärmschutz-Kopfhörer. Das ist schlecht. Wir sollten die nicht umtopfen, Claudia. Wir haben keine Kopfhörer auf. Nichts umtopfen, weil sonst kippen wir um. Im schlimmsten Fall sterben wir. Wollen wir nicht. Ah! Ich hab's verkackt. Das ist geil. Wir haben keine Ohrschützer. Ich hab's vergessen. Müssen wir morgen umtopfen. Heute geht nicht. Krass, wie gut sich Harry Potter in Animal Crossing nachbauen lässt. Ja, wusste ich auch nicht. Eulerei. Die Eulen sind doch so süß. Mal kurz aufs Paket setzen, sorry. Die Eulen sind doch so süß. Nicole. Ich mach auch Voto. Das ist einfach cool. Und einfach, dass wir beide so passend angezogen sind. Das ist allein schon richtig geil. Also danke nochmal für dein Design. Und für den Hut und für den Zauberstab natürlich auch. Kann ich dir aber gerne wieder zurückgeben. Muss ich nicht behalten. Oh, hi. Professor Lupin. Grüße. Grüße an Professor Lupin hier. Nee, du bist nicht Sigmund. Hogwarts ist perfekt mit dem alten Knochen. Ach, er sieht so cool aus in dem Mantel. Dreh dich mal um. Dreh dich mal um. Nee, war gar nicht. Okay. Aber es sieht von hinten auch cool aus. Das war ein Spoiler. Habe ich gespoilert? Habe ich gespoilert? Oh mein Gott. Nee. Also, woher hast du diese Ideen? Das gibt's doch nicht. Ja, das ist die unsichtbare Kutsche, die gezogen wird von dem Testral. Und den Testral sieht man nur, wenn man jemanden schon sterben gesehen hat. Dann kann man die auch sehen. Wenn nicht, dann sieht's aus, als würde's von jemand... Oh, guckt euch Lupin an! Dann sieht's so aus, als wird sie von nichts gezogen. Richtig cool. Achso, es wäre ein Spoiler, wenn ich was sagen würde, ja. Stellt euch mal vor, es gibt Eulenbewohner, dann würden diese auch perfekt passen, näher voll. Geil. Ich liebe es. Da hinten sind auch Dementoren. Und der Boden. Falls du den Design-Code für den Boden noch hast, wäre geil. Oh! Bei wen sind wir jetzt? Wer schreibt's erst in den Chat? Wer schreibt's in den Chat? Wo sind wir? Wo sind wir? Fast, Leonie. Leonie. Leonie hat schnell am Zippen und schreibt's falsch. Bei Hagrid, genau. Bei Hagrid, wir haben hier Spinnen, wir haben hier Riesenkürbisse, normale Kürbisse. Irgendwo wird sicher auch der Schneckenschutz stehen. Das ist mega. Die ganzen Spinnen. Cool. Gehen wir rein. Ich möchte's von innen sehen. Und der Hund! Der Hund! Fang! Fang ist auch da. Aber er sitzt im Häuschen. Wenn er da reinpasst. Lena, wie heißt denn du auf der Switch? Ich vergesse es nicht. Seitenschnabelfeld. Es ist ein bisschen schwierig, Seitenschnabel nachzumachen. Oh! Das Drachenei! Norbert! Norbert ist da drin! Norbert! Sorry, Leute, aber das ist einfach so krass, weil sie hier Details aufgreift. Da ist auch die Geburtstagstorte von Harry. Hagrid schenkt ihm die. Und da ist auch Fang. Fang ist da. Fang ist doch nicht draußen. Das sind Details vom Film. Animal Crossing hat nichts mit Harry Potter zu tun. Nichts. Aber sie schafft es einfach, hier alles einzufangen. das ist einfach zu krass. Mega. Lena und ein grünes Yoshi-Eisbild. Sehr gut. Ich liebe es hier. Per Winkelkosmo. Guten Morgen. Also, Leute, falls ihr zu spät jetzt dazugestoßen seid bei dieser Insel, ihr müsst euch das nachgucken. Ich werde das auch auf YouTube hochladen, sobald es geht. Es ist einfach zu krass. Und ich glaube nicht, dass sich noch eine Schlummerinsel ausgeht. Wir brauchen hier bei der Insel einfach zu lang. Und ich möchte auch nicht jetzt die Insel herzeigen und dann schnell, schnell auf eine andere schlummern. Das möchte ich nicht. Deswegen kommt die Insel so allein auf YouTube hoch, damit es einfach das gerecht wird und auch die anderen nicht vernachlässigt werden, weil ich jetzt hier schon eine Dreiviertelstunde auf der Insel bin. Hagrids Schlafzimmer, denke ich mal. Passt voll gut zu ihm mit dem Boden. Michellöchen. Ja, Leonie, nach der Insel, Lena, dann nehme ich deine Anfrage an. Genau, das hätte ich auch so gesagt. Und ich vergesse es nicht. Ich merke mir das. Ich speichere das jetzt ab, dass ich es nicht vergesse. Das ist einfach eine krasse Insel. Und guck mal, wenn... Jetzt gucken gerade fast 100 Leute zu. Ich verstehe euch. Weil hier kann man auch nicht weg gucken. Weil das so schön ist. Soll ich da reingehen? Das Auto! Guck mal! Das Auto im verbotenen Wald. Ist es da? Da ist es! Ich liebe es! Achso, nee, darf ich nicht. Oh, Mann! An was sie alles denken! Wir haben hier ein Quidditch-Feld! umgedrehten Uhren als Ringe! Mann! Da haben wir die Tribünen oben, wo die Leute sitzen. Madame Butch mit wahrscheinlich Malfoy und Harry hier. Da sind die Bälle drin. Bälle? Die fliegenden Bälle? Mann, wie geil! Ich liebe es so, 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 so sehr. Ey! Mit den Fahnen! So cool! Sky am Bord und Christina Fiala, danke für eure Follows. Vielen, vielen Dank! Abartig krass, das stimmt. Mein Quidditch-Feld sieht ähnlich aus. Das ist so wunderschön. Das ist so wunderschön. Ich bin sprachlos. Ihr seid genauso sprachlos wie ich, oder? Das ist doch geil. Also, Mann! Was soll ich auf die Idee kommen? Ah! Okay. Ich... Ist das... Ist das, äh, diese Feier, wo sie dieses Quidditch-Spiel angucken, wo auch der Krumm mitspielt? Ist das das? Ja! Campingplatz von der Quidditch-Weltmeisterschaft. Genial. Ja! Guck mal! Das geht direkt da hinten. Ganz irig. Die Iren gegen... Gegen wen haben die gespielt? E-Gegen-Krumms-Team. Nimm's mir nicht, Krumm. Gegen Bulgarien! Genau! Die Iren gegen die Bulgaren. Stimmt. Mega geil. Mega geil. Oh mein Gott, ich liebe es. Und da ist wahrscheinlich ihr Zelt. Und das ist ja von innen viel größer als von Aus. Ich glaube schon... Ich meine zu wissen, wo es hingeht. Soll ich vorgehen? Einfach der Stiefel, Portschlüssel. Wo ist er? Wo ist er denn, der Stiefel? Da ist er ja! Mann, bin voll vorbeigelaufen. Da steht er ja. Mann, das ist so geil. Hier geht's zum Labyrinth. Du darfst vor... Oh Gott. Ab ins Labyrinth. Wir sind jetzt beim Trimagischen Turnier. Und wir müssen jetzt durchs Labyrinth schaffen. Ich lege einfach Knochen. Okay. Da muss ich hin. Wie geil mit der Röhre! Oh mein Gott, ist das geil. Wo kommt das Heulen her? Oh mein Gott, ich bin ins Loch gefallen. Ich hab's geschafft! Achtung, Portschlüssel! Das ist geil. Das ist geil. Ich liebe das, das ist so sehr. Oh mein Gott. Jetzt sind wir am Friedhof. Wir sind am Friedhof und da die Knochen des Vaters. Ich stell mich mal hin, als wäre ich Harry. Blut des Feindes und Fleisch des Freundes, glaube ich. Oh mein Gott. Und dann war's soweit. Das ist so krass geil. Also ich liebe es so sehr. Wer lauert da? Oh Gott. Ist das geil. Oh Mann, guck mal. Nein! Ihr habt mich vorher nach meinem Lieblingscharakter gefragt. Und da ist er. Das ist jetzt leider ein Spoiler für die Leute, die Harry Potter noch nicht geguckt haben, aber ihr müsst da einfach jetzt mal durch. Und ich mag traurig sein. Ich mag das. Und die Socke? Die Socke daneben einfach. Claudia, du hast hier so was Wunderschönes geschaffen. Ich fasse es nicht. hier leist Dobby ein freier Elf. Hier liegt Dobby, ein freier Elf. Ruhe und Frieden, Dobby. Also ich wusste ja, ich muss euch die Insel zeigen. Ich kannte nur vorne den Eingang. Ich kannte nur vorne den Eingang. Da hat sie mir die Burgitems überreicht. Und ich wusste, ich muss euch die Insel zeigen sofort. Aber ich wusste nicht, wie krass die wird. Ich hatte keine Ahnung. Und hier sind einfach alle Erwartungen übertroffen. Warte mal. Oh mein Gott, die Wespenspinne sieht krass aus. Nocturngasse. Oh mein Gott. Die Skorpione. Gruselig. Oh, die Musik auch. Froggy, hi. Bist mein größtes Edu. Kannst du bitte meine Nachricht lesen? Ich habe sie gelesen, Froggy Koba. Hallöchen. Und danke für dein Follow, Froggy Koba. Danke. Und Christina, danke auch für dein Follow. Ach, das habe ich schon vorgelesen. Egal, ob er hält besser. Poytions and Elixirs. Das ist ja so mein Bereich. Ich brauche, ich glaube, was Gutes zu sagen. Aha. Ministerium. Oh mein Gott, an was sie auch alles denkt. Das ist so krass. Das Museum ist das Ministerium. Geil. Ich wollte auch noch sagen, in ein paar YouTube-Series von mir habe ich Werbung für dich gemacht. Wie süß. Danke, Wischiwobbs. Danke. Geh bitte nochmal zurück. Okay, Claudia, tut mir leid, das hast du jetzt nicht gleich gehört. Ich gehe nochmal zurück. Wo muss ich hin? Da lagen Wanted Sirius Ja. Blätter auf dem Boden. Ja. Ja. Ja, ja. Guck. Wir brauchen ihre Designs. Ich gehe jetzt wieder nach. Wie gut das ist. Das sieht so echt aus. Ja, voll. Ich gehe wieder nach. Nochmal rein. Nein. 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 Jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sind jetzt im Ministerium und sind jetzt im bei der Gerichtsverhandlung, wo die Umbridge einfach Ministerin ist. Ist sie ja dann ganz zum Schluss. Ach, ich hasse sie. Es sieht so gut aus. Es ist Wahnsinn. Auch unten mit dem Schreibtisch, wo die Schreiberin sitzt, die ja später dann die Hermine kurzfristig ist. Guckt euch Harry Potter an. Alle, die diese Harry Potter nicht gesehen haben, guckt euch Harry Potter an. Ich will hier nicht spoilern, aber geht halt nicht. Sie hat an alles gedacht. Alles. Ich könnte jetzt nichts sagen, wo ich mir denke, das kommt jetzt noch. Das kommt jetzt noch. Weil ich irgendwie alles schon gesehen habe. Aber ich glaube, ganz kleiner Teil fehlt ja noch. Da vorne. Das haben wir noch nicht gesehen. Ja, auch alles wanted serious black. Guck mal, Leonie. Guck mal. Voll geil. Oh, der Quidditch-Stand. Oh, die B. Mann, wie geil. Die B sind einfach. Nimbus 2000. Oder ist das ein Nimbus 2001? Ne, Nimbus 2000 müsste es sein, oder? Mein Nimbus 2001 ist dunkler. Das sieht so geil aus. Quidditch-Pokale. Hier die Dressen für die Spieler. Tagesprophet. Ja, stimmt. Das war der Tagesprophet, Leute. Oh, ich hätte jetzt gern so ein Eis, bitte. Vor-Tesk-Eistiele. Mann. Alles einfach. Alles ist hier. Und was kommt jetzt noch für ein Haus? Feuerblitz. Ah, ist das ein Feuerblitz? Feuerblitz ist dunkel, oder? Ich weiß nicht. Ich liebe Harry Potter, seit ich lesen kann. Meine Mutter hat mir das vorgelesen, als ich angefangen habe, Bücher für mich zu entdecken. Und jetzt sehe ich das. Gringotts. Total vergessen. Oh mein Gott, der Elf davon. Richtig cool. Das war eine Brille. Ich möchte bis zu meinem Verlies. Danke. Ah, nicht Verlies. Doch, Verlies. Nennen sie ja Verlies. Das ist zu viel für mich. Leonie, kommt nicht auf ihr Leben, klar. Kriegen wir das Feld noch? Ja, klar. Klar, Kriege. Wir brauchen dieses Ding. Mann, das ist geil. Also hier ist das Verlies von das Verlies von das Verlies von Ihr denkt wahrscheinlich, oh mein Gott, Sersi, du hast wahrscheinlich Harry Potter noch nie gesehen. Bellatrix, Lestrange. Danke, Lilly, danke. Weil das wird ja von einem Drachen sozusagen beschützt. Das ist einfach der Weg zu den Fliesen. Naja, okay. Oh mein Gott, mein Bauchknut. Drei Erdbeeren waren ein bisschen zu wenig zum Frühstück. Das von Bellatrix kommt noch, Leute. Das kommt noch, Leute. Das kommt noch. Das war es noch nicht. Das ist der Weg dorthin. Das ist so krass. Oh mein Gott. Wisst ihr, ich weiß nicht, welche Nummer es hatte. Verlies 300. War es 300 irgendwas? Steiner Weisen liegt hier, ja? Irgendwas mit 300. Irgendwas mit einer 3 auf jeden Fall. Liegt der Steiner Weisen drin? 713. Leute. Ich wusste es doch. Also, Azenas sucht die Mia. Du müsstest dich umbenennen in Harry Potter sucht die Mia, glaube ich. Du weißt auch alles. Ja, Evie, genauso fühle ich mich auch. Ich sehe hier Millionen Items von deren Existenz ich bisher nichts wusste. Obwohl, Evie spielt ja auch schon eine Weile Animal Crossing und ich ja auch. Ich spiele ja zwei Monate nach Release habe ich angefangen zu spielen. Ne, einen Monat nach Release. März kam es raus. April habe ich gespielt. Das ist das von Bellatrix. Ja, man sieht es. Achtung, nichts berühren, es verdoppelt sich. Sassy läuft in die Münze rein. Ähm, geil. Ist hier dann auch? Da ist, da ist er. Da, da, da. Das soll er sein, oder? Der Pokal. Das soll er doch bestimmt sein, oder? Ja. Geil. Ich muss mal trinken. Ich habe doch nichts getrunken, Leute, wir müssen trinken. Wasser trinken, ganz wichtig heute. Es ist heiß wieder draußen. Ist das der Hufflepuff-Kelch? Ich wusste gar nicht, dass er von Hufflepuff ist. Ich habe nicht für Liene, Ich hätte jetzt Julia im Angebot. Wow. Dass er noch ein paar verließe. Das ist so geil. Also ein paar Verliese. Es sind ja keine Verliese. Es ist ja eigentlich, äh, sind es Tresore. Eigentlich sind es Tresore. Geil. Ich liebe es. Aber sie sagen ja auch Verlies. Bei uns in Hamburg ist voll schlechtes Wetter. Oh nein, Hamburg. Hamburg, was machst du schon wieder? Was macht Hamburg schon wieder mit dem Wetter? Hufflepuff-Kelch, Raven-Klott-Jedim, Gryffindor-Schwert und der Anhänger. Mir fehlt gerade das Wort von Slytherin. Aber das Schwert war ja gar kein, ähm, Vorkrux. Das hat ja die zerstört. Der Apotheker ist leider nicht da. Mann! Das ist einfach krass. Das heißt, man kann ja auch ruhig öfter hinkommen, weil manche Bewohner nicht zu Hause sind. Das heißt, wir haben manche Häuser auch gar nicht gesehen. Hast du alle umgestaltet? Oliven, das fehlt dir auch noch. Mann! Vergessen. Boah. Medaillon. Genau. WLAN war weg. Oh nein. Mittagessen, Mahlzeit. Mahlzeit. Oh, Huschke. Wie geil sieht das aus. Die ganzen Stäbe, ganzen Zauberstäbe und dann auch noch wie hast du die Tapete gemacht? Das ist doch keine Tapete von Animal Crossing selbst. Das kannst du mir nicht erzählen. Kann man sich Tapeten selbst gestalten? Die Artefakte der Gründer ja, stimmt. Raffa ist jetzt auch da. All die Signs an die Wand tun. Die kann man an die Wand tun. Ich fühle mich gerade wieder größer Animal Crossing Anfänger. Ja, ich hätte jetzt gern, also ich habe ja schon einen Zauberstab von dir bekommen. Stimmt, du hast sie mir ja schon gegeben. Aber krass, wie viele verschiedene es auch gibt von dem goldenen wusste ich auch nichts. Krass. Da habe ich kurz mit Husch geredet wegen dem Rezept. Sorry. Claudia, bist du aus Österreich? Darf ich das nochmal fragen? Ist das aus Österreich? Ich glaube, ja. Leuchtsticker? Welche Leuchtsticker? Ne, wer an der Grenze ist das Salzburg? Okay, Huschke hatte ich nämlich gerade verraten. Ähm, was wird das? Oida ist von Österreich, ja. Ich hoffe, ich darf das überhaupt auf Twitch sagen. Aber ich denke, ja, oder? Stört der Kerl. Oder auf YouTube. Ja, bitte gib es mir das Rezept. Wie Huschke dich einfach verrät. Danke. Da ist auch die Leiter. Leute, Details. Guckt auf die Details. Die Leiter, wo man die Zauberstimmel runterholt. Im Winter ist alt, in der Klasse so kalt und mir ist zu warm und dann will keine die Fenster aufmachen. Ah, diese Leute, die die Fenster nicht aufmachen wollen. Okay, ich war auch, ganz früher war ich auch mal so eine, aber dann nicht mehr. Einfach warm, anziehen und dann hat sich das. Ja, klar, das sehen wir dann im Tiergeschäft. Was holen wir uns? Eine Eule? Eine Spinne? Eine Ratte? Eine Katze? Was wollt ihr, Leute? Ich will eine Eule. Was hat er mir denn gegeben? Brezel! Rafa kriegt eine Katze, Shadowgirl eine Eule, Leonie eine Eule, die magischen Tiere. An was du alles denkst, das ist unfassbar. Krass. Wir hätten an einem, an meinem Geburtstag eine englische Arbeit geschrieben, aber die wurde doch verschoben. Ah, wegen deinem Geburtstag, Ben? Die Weasleys haben wir noch nicht gesehen. Quibbler. Das sind doch diese Fusselteile, oder? Diese Dinger. Ich habe leider Harry Potter noch nie auf Englisch geguckt, aber ich muss das auch mal machen. die Weasleys. Der Klitterer? Ah, der Klitterer, ja stimmt, aber sie hat ja so ein Fusselteil oben. Die, ja, genau. Wir sind bei den Weasleys angekommen, Leute. Das ist so krass. Mein Cousin hat sein Mathe-Abi an seinem Geburtstag geschrieben. Ich glaube, ich habe auch Englisch-Abi, äh, Englisch-Partura, ich glaube, ein, zwei Tage nach meinem Geburtstag geschrieben. Schneeäule oder einen Bratkauz nehmen. Okay, Leonie. Genial. Und hier? Was wollen wir hier? Ein paar Feuerwerkskörper, oder? Für die Ampels zum Ärgern. Lassen wir ein Buchgeschäft. Zum Glück steht hier jetzt nicht, ähm, der eine Typ. Name ist wieder entfallen, natürlich, wie immer bei mir. Äh, da heißt der eine Professor, der diese Bücher schreibt und der dann die Vergessenszauber an denen, die die Storys wirklich erlebt haben, anwendet. Lockhart. Lockhart. Ich wollte fast Goldlocker sagen, aber fast. Lockhart! Gott sei Dank ist er nicht da. Flourish and Plots. Ich muss das echt auf Englisch mal gucken. Goldlocker. Ja, es sieht ja aus, er hat so blonde Haare. Nein! Ab durch das Tor in die Muckelwelt und das wahrscheinlich dann, äh, in der Siedlung, wo der Ligusterweg, genau. Der Ligusterweg, wo Harry aufgewachsen ist bei seinem Muckel, ähm, Tante, bei seiner Muggeltante und seinem Muggelonkel und seinem Cousin Dudley. Was ich schrecklich finde, dass sie damals im letzten Film, im letzten Teil, die Szene rausgeschnitten haben, wo Dudley sich von Harry verabschiedet und ihm alles Gute wünscht. Weil das hätte einfach das ganze Ende mit Dudley sowas von verändert. Da bin ich denen richtig böser, dass sie das rausgeschnitten haben. Der Spielplatz! Claudia, du bist so krass. Ich fass es nicht. Wie der Hamster da auch rumläuft. Bye-bye, Ben. Schönen Sonntag noch. Ich denke mir so, es kann nichts mehr kommen. Es kann nichts mehr kommen. Das war's. Sie zeigt mir jetzt nichts mehr, weil das war einfach schon alles so krass. Und dann kommt sie mit was Neuem an. Schick den Schlummerkohler und Shake it rolling. Ja, das wär's. Der fahrende Ritte. Danke, Leonie. Der fahrende Ritte. Ich kann nicht immer alles erklären. Die Harry Potter nicht gesehen haben, guckt es euch einfach an, weil dann versteht ihr die Insel auch und denkt euch dann auch so, oh mein Gott, Claudia, wie krass bist du. An was kann man denn alles noch denken? Das ist so krass. Aber jetzt war's, oder? Also ich kann nicht mehr, weil es ist jetzt schon nach zwölf und ich wollte noch ruhig schlummern. Nee, nee, das geht nicht mehr. Ich glaube, wir sind jetzt fertig, oder? Strände einfach aus so schön gestaltet. Ja, wir sind jetzt wieder hier. Fast. Sag nicht fast. Eins kommt noch. Ah, Harrys Zelt. Stimmt. Harrys Zelt kommt noch. Schubst mich einfach weg. Alles gut. Ich habe das Gefühl, die Insel ist unendlich groß, ja. Wir sind mal bei Harrys Zelt, also bei Harry, Ron und Hermines Zelt, denke ich mal. Auch aus den letzten Teilen. Man erkennt es einfach wieder. Die Öllampe. Das Stockbett. Das Radio. Man erkennt es einfach wieder aus dem Film. Das muss man mal schaffen. Das ist einfach krass. Das Radio von Ron, ja. Dann die Öllampe, wo Harry, äh, kurz den Zauberstab ausprobiert. Und fast das ganze Zelt abfangelt. Jetzt sind wir fertig. Und ich bin auch fertig. Also, ich habe noch nie so eine geile Insel gesehen. Also, jetzt auf Harry Potter bezogen. Natürlich kann man das nicht mit anderen Themen vergleichen. Ich meine, das ist wieder was anderes. Aber ich war schon auf Harry Potter Inseln und die kommen, die haben nicht eine Chance, an dich ranzukommen. Das ist so krass. Abschiedsfoto noch machen. Oh, ich muss kurz das Handy rausholen. So. Und ich freue mich, euch das YouTube-Video hochzuladen. Und schlummert auf die Insel und guckt sie euch selbst an. Das ist nochmal ganz anders, wenn man das selbst durchläuft. Einfach krass. Ich liebe es hier. Ich würde am liebsten einziehen. Claudia, danke, dass wir uns das angucken dürfen. Durften. Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit. Ich bin so froh, dass es jetzt endlich geklappt hat, weil wir haben das ja eigentlich schon ziemlich lange vor. Sehr, sehr lange. Seit ich die Burg-Items von ihr bekommen habe. Und vielen, vielen Dank. Deine Insel ist unglaublich. Du hast es ja auch gesehen. Der Chat ist auch kommend ausgeflippt. Leonie ist kommend ausgeflippt. Alle anderen auch. Aber Leonie ist kommend ausgeflippt. Und an die YouTube-Zuschauer, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, wie geil ihr diese Insel findet. Und ob ihr auch Themeninsel habt. Habt ihr ein bestimmtes Thema auf eurer Insel? Oder nicht? Schreibt es mir in die Kommentare. Sag Claudia, was ihr von ihrer Insel haltet und seid lieb. Alle anderen werden gebannt. Nichts Scherz. Seid einfach lieb. Und dann sehen wir uns beim nächsten Stream wieder. Im nächsten Video wieder. Falls ihr live dabei sein wollt. Link ist in der Infantbox zu Twitch. Dort heiße ich auch einfach Pewdodo. Also kein Stress. Abonniert mich kostenlos und würde mich sehr unterstützen. Und bis bald. Bye, bye. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.